Er hält mich hier fest und lässt mich nicht heimkehren in mein Grab, fesselt meine Seele an diese Welt. Dafür will ich sein Fleisch von den Knochen schälen. Helft mir dabei und dann bettet mich zurück in mein Grab im Osten, damit ich diese elende Welt endlich hinter mir lassen kann. Lasst uns unseren Zorn vereinen. Mein Feuer gehört euch, wenn ihr mir nur helft. Gut, da haben wir jetzt noch einen. Wobei die gute Frage ist, können die überhaupt sterben? Vorwärts Mal gucken, ob wir da hoch können, ohne den Fiat Dagan zu keksen. Ah, und es sind gleiche Autos, Saves. Also nehme ich das mal Schatten. Echt, dass ich mal speichere. So, ja. Folgt mir. Gut. Schnell. Sofort. Für die Rune. Den da noch töten erst mal. Ja. Haltet durch, Männer! Ja. Ja. Und los. Mir nach. Und los. Folgt mir. Bringen wir es zu Ende. Für die Freiheit. Oh, er kommt. Sie sind überall. Schnell. Bereit. Und los. Mir nach. Geh weg. Vorwärts. Geh weg. Vorwärts. Sofort. Verstärkt die Deckung. In die Schlacht. Oh, und er spawnt gleich wieder bei mir. Auf meinem Befehl. Wie praktisch. Verstärkt die Deckung. Also ja, der Vierer Dark, der mag uns den Weg nicht. Bereit. Bringen wir es zu Ende. Auf mein Zeichen. Auf mein Befehl. Zur Ehre Aronius. Sofort. Haltet durch, Männer. Die Lebenskraft eines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen können. Verteidigt euch. Ja, gut. Die Lebenskraft eines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen können. Sofort. Feindlicher Angriff. Auf meinem Befehl. Schnell. So, lauft erst mal weiter. Und los. Wir wollen nämlich hier hoch. Hier ist die verzweifelte Seele. Sieht weder aus wie noch ein Kleriker oder wie ein Nahkämpfer. Sie sind überall. Auf mein Kommandor. Vorwärts. Folgt mir. Vorwärts. Zum Angriff. Okay, kommt ihr mal alle her. Sie sind überall. Schließt die Reihen. Zurück mit euch. Auch noch spinnelweich. Schlagt sie zurück. Schlagt sie zurück. Zum Angriff. Schnell. Folgt mir. Mir nach. Bringen wir es zu Ende. Feindlicher Angriff. Verstarkt die Deckung. Kämpft. Die will auch mitkuscheln. Zurück mit euch. Sie sind überall. Auf mein Kommandor. Vorwärts. Folgt mir. Schnell. Schlagt sie zurück. Und los. Mir nachfühlt die Rune. Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Verschließt die Deckung. Und ja, da drüben ist noch die starke Seele. An die müssen wir auch noch irgendwie rankommen. Vorsicht! Auf mein Zeichen. Sofort! So, wir gehen dafür am besten dann hier runter. Lassen dann auch gleich den Hexenmeister hier. Oder meinen Hexer. Oder wie auch immer. Helft mir, bitte! Ich bin verflucht. Dieser Ort hält mich gefangen. Erlöst mich! Helft mir! Dann werde ich euch beistehen. Was muss ich tun, um euch zu erlösen? Der Fialdark hat meine Seele aus dem Schlaf gezerrt. Er hat mein Grab geschändet und mich zur ewigen Wanderschaft verdammt. Nun weidet er sich an meiner Verzweiflung. Als Schatzsucher kam ich hierher, aber ich fand nur Verzweiflung und Tod. Meine Gefährten begruben mich am Ostrand der Stadt. Meine Grabstätte ist der einzige Ort, an dem ich hier Ruhe finden kann. Aber der Fialdark gewährt mir keinen Schlaf. Tötet ihn! Tötet ihn! Und bringt mich zu meiner Ruhestadt! Ich werde an eurer Seite kämpfen, bis wir dort sind! Gut. Dann haben wir jetzt schon mal... Vier verlorene Seelen. Eine fehlt also noch. Dumm-Di-Dumm. Bereit! Und los! Vorwärts! Sie sind frei! Ja, vorwärts! Für die Freiheit! Für die Freiheit! Sie sind überall! Gut. Die Lebenskraft eines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen können. Feit im Weg! Verstärkt die Deckung! So, du bleibst hier. Zur Ehre Aonirs! Sie sind überall! Sie sind überall! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Bereit! Achtung! Sie sind überall! Vorwärts! Sofort! Zum Angreif! So, das heißt, ich muss nur gucken, wie ich da hochkomme. Wobei er steht weit genug weg, theoretisch. Für die Runde! Sofort! Folgt mir! Aber ja, von hier aus keine Gegner mehr. Die da möchte aber gerne. Oh, er möchte auch. Hier! Mir nach! Und los! Haltet durch, Männer! Was wünscht die Rune? Ja! Folgt mir! Schnell! Feindlicher Angriff! Sofort! Nachricht! Nimm die Schattenklingel in die Hand und den Tierdachs. Verstärk dich dazu! Okay, jetzt muss ich erstmal meine Heldin wiederbeleben. Sollte aber das geringste. Auf mein Zeichen sofort! Für die Rune! Sie sind überall! Ey, ich glaube, wir sind alle 20. Verstärk die Deckung! Ja, ganz ehrlich. Gehen wir mal hier eins höher. Zeit zu sterben! Vorsicht! Aber hier weite Stärken und Austausch erstmal. Achtung! Weiße Magie sollte noch ein paar Level gehen. Jetzt kann ich theoretisch den... ...und den rausschmeißen. Und dafür die beiden mal reinnehmen. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch Natur steigern werde... ...oder ob ich... Das mit der Tour war eigentlich... ...Fehler, so gesehen. Bereit! Bereit! Und los! Vorwärts! Schnell! Sofort! Zum Angreif! Hm, da sind auch noch... Verteid' ich euch! Verteid' wir es zu Ende! Schlagt sie zurück! Schließ' die Reihen! Bringen wir es zu Ende! Zuhören, Diensten! So, du, komm mal... ...wird sofort ausgeführt! Sie sind überall! Sie können wir eigentlich dann gleich hier lassen, am besten. So eine gute Heilerin ist sie ja eigentlich nicht. Hier! Sofort! Muss ich ja leider sagen. Für die Freiheit! Vorwärts! So... Schnell! Jetzt wollen wir uns die starke Seele... Was muss ich tun, um euch zu erlösen? Als nächstes... Was muss ich tun, um euch zu erlösen? Ich kam als Söldner hierher, aber ich habe versagt und fiel durch die Klauen der Monster. Mein Leichnam ist im Osten verscharrt worden. Doch dieser verhasste Fialdark zerrte meine Seele empor und zwingt mich nun an diesem Ort umherzustreifen. Ruhelos und voller Hass! Lasst uns gemeinsam den Fialdark erschlagen. Ich will euch so lange mit meinem Schwertarm beistehen, bis ihr mich zu meiner alten Ruhestätte gebracht habt. Ja. Erlöst mich aus diesem erbärmlichen Schicksal, auf das ich mit Ehre von dieser Welt gehen kann. Es soll nicht euer Schaden sein. Gut, damit habe ich jetzt alle Seelen... Auf mein Kommando! Mir nach! Verhauen wir noch die zwei Untoten da unten und dann müssen wir wieder an dem Fialdark vorbei. Nach hier oben. Dass wir einmal den Rundgang machen können und alles töten können und die... ...Mortale zumachen können. Mir nach! ...Mortale zumachen können. Mir nach!